Mit der vorgezogenen Parlamentswahl und mit der vorgezogenen Staatspräsidentenwahl in der Türkei am 24. Juni 2018 wird die neue türkische Verfassung offiziell in Kraft treten. Wie diese neue türkische Verfassung aussieht, das habe ich euch am vergangenen Sonntag in einem Video vorgestellt. Und in diesem Video heute wollen wir einmal einen Blick auf den aktuellen Stand der Umfragewerte werfen, was diese beiden bevorstehenden und vorgezogenen Wahlen betrifft. Und der Stand der Dinge für dieses Video ist der Montag, der 7. Mai 2018 zum Zeitpunkt 9 Uhr. Und blicken wir zunächst einmal auf die neuesten Umfragen zur Parlamentswahl. Und bevor wir uns die Werte genauer ansehen werden, möchte ich ein paar allgemeine Dinge zum Parlament an sich sagen und zu den einzelnen Parteien, damit ihr sie auch ein bisschen besser verorten könnt. Also zu diesen fünf Parteien, die ihr hier seht, werde ich gleich etwas sagen. Vorneweg nur eine Anmerkung noch, da ich der türkischen Sprache nicht mächtig bin, werde ich nicht versuchen, türkische Begriffe irgendwie auszusprechen, denn ich laufe doch sehr stark Gefahr, sie gänzlich falsch auszusprechen, deswegen lasse ich es lieber gleich bleiben. Demzufolge werde ich die Namen der Parteien auch nicht ausgesprochen, also in voller Länge nennen, sondern immer nur buchstabieren. Und so werde ich also CHP sagen und IYI und werde also nicht versuchen, den langen Namen der Parteien wiederzugeben. Bei der Staatspräsidentenwahl werde ich dann mal aber den einen oder anderen türkischen Namen natürlich nennen. Gut, was gibt es generell zum Parlament zu sagen? Es besteht zurzeit noch aus 550 Abgeordneten. Die Zahl der Abgeordneten wird ja im Zuge der Verfassungsreform aufgestockt werden auf 600. Allerdings wird es erstmals nach der Wahl das Amt des Ministerpräsidenten nicht mehr geben. Also erstmals in der Geschichte der Republik Türkei wird es dieses Amt nicht mehr geben. Das Amt wird zurzeit von der AKP bekleidet. Das ist Binali Yildirim, der dieses Amt noch inne hat. Ansonsten gibt es zurzeit fünf Parteien, die im Parlament vertreten sind. Das sind die HDP, die CHP, IYI, die AKP und die MHP. Allerdings war es nach der letzten Wahl am 1. November 2015 so, dass es nur vier von diesen fünf Parteien ins Parlament geschafft haben. Denn die Partei IYI gab es zu dieser Zeit noch nicht. Die Partei ist nämlich erst im letzten Jahr gegründet worden. Ist also noch eine recht junge und neue Partei und sie hat es geschafft, 20 dieser 550 aktuellen Abgeordneten für sich zu gewinnen. Beziehungsweise einige Abgeordnete von der MHP sind eben die Gründer der Partei IYI und sind deswegen also gleich zu IYI übergegangen. Aber gleich zu dieser Partei mehr. Beginnen möchte ich mit der HDP, die die demokratische Partei der Völker ist und im Grunde eine Minderheitenpartei für die kurdische Minderheit in der Türkei ist. Und wenn man sich einmal anschaut, wo ist die HDP am stärksten, wo erzielt sie die besten Ergebnisse, da sind das nämlich genau die Gebiete, in denen es verhältnismäßig viele Kurden in der Türkei gibt. Das heißt vor allen Dingen im Südosten der Türkei hat die Partei ihre Hochburgen. Die HDP hatte bei der letzten Wahl mit 10,8% es geschafft, über die 10%-Hürde zu kommen, die auch bei dieser Wahl wieder angewendet werden wird. Und die HDP kam mit 59 Abgeordneten ins Parlament. Wenn wir jetzt die Partei einmal im politischen Spektrum links-rechts verorten sollten, dann sollte man sie von allen fünf Parteien am weitesten links einordnen, denn die HDP steht für einen demokratischen Sozialismus, für auch grüne politische Inhalte, Feminismus und auch Antikapitalismus. Dann haben wir als zweites die CHP, die Republikanische Volkspartei, die im Grunde eine sozialdemokratische Partei ist und deren Grundpfeiler der Chemalismus ist. Und das sieht man auch daran, wenn man sich einmal das Logo der CHP anschaut, ihr könnt ja mal danach googeln, dann seht ihr dort sechs Pfeile eingezeichnet und das sind die sogenannten sechs Pfeile des Chemalismus. Die CHP steht unter anderem für einen EU-Beitritt der Türkei und sie steht auch für den Laizismus, das heißt die strikte Trennung von Staat und Religion. Und die CHP ist zurzeit die zweitstärkste Partei in der Türkei im Parlament, mit 134 Abgeordneten ist sie damals 2015 ins Parlament eingezogen und sie hat 25,3 alle gültigen Stimme erzielt bzw. erhalten. Als nächstes haben wir die Partei IYI. Ich hatte ja eben schon angedeutet, irgendwie ist da was mit der MHP passiert und sie ist noch nicht so alt und genau so ist es auch. IYI, auf Deutsch die gute Partei, ist am 25.10.2017 gegründet worden. Sie ist entstanden im Grunde als Nachfolge oder im Zuge des Verfassungsreferendums, das es ja im letzten Jahr gegeben hat. Und zwar ist es so, dass ein Großteil der MHP sich für das Referendum und für die Verfassungsänderung ausgesprochen hat, das heißt ein Großteil der MHP wollte mit der AKP zusammenarbeiten, und es kam ja auch zur Zusammenarbeit, aber es gab auch einen nicht ganz so kleinen Teil innerhalb der MHP, welche dieses Referendum abgelehnt hat, bzw. welche die Reform an sich abgelehnt hat. Und so kam es dann hauptsächlich eben dazu, dass nach dem Referendum sich eine Gruppe abgespalten hat von der MHP und diese Partei IYI gegründet hat, aber es kommen auch noch von anderen Parteien eben Personen dazu, die zur IYI übergegangen sind. Die Partei selbst versteht sich als konservative Alternative zur AKP und zur MHP und demzufolge sind die politischen Eckdaten für diese Partei ein national-konservatives Programm mit nationalistischen Inhalten und auch das eine oder andere vom Kemalismus lässt sich bei der IYI finden, zum Beispiel eben der Laizismus, den ich ja eben schon im Zuge der Vorstellung der CHP genannt habe. Das heißt also, die strikte Trennung von Staat und Religion. Interessant ist bei dieser Wahl, dass es dieses Mal zu Wahlbündnissen kommt und sich schon zwei gebildet haben. Dieses Mal ist es ja nach dieser Verfassungsreform auch möglich, dass sich Wahlbündnisse bilden können und die Partei IYI und die CHP haben Anfang Mai bekannt gegeben, dass sie ein gemeinsames Wahlbündnis eingehen wollen. Dazu kommen noch zwei kleinere Parteien, die SP und die DP, die wir an dieser Stelle mal etwas ausklammern können, denn sie haben keine so hohen Prozentwerte, es gibt keine Werte, die für sie angegeben werden, sie gehören aber zu diesem Bündnis dazu. Im Wesentlichen ist das jetzt ein Bündnis, fernab der HDP, die alle Parteien umfasst, die gegen die Verfassungsreform waren. Und sie tun sich deshalb hier zusammen, um eine Chance zu haben, dass die Opposition, also dass diese Parteien am Ende die Wahl sogar gewinnen werden. Denn man muss wissen, dass 81 der 600 Abgeordneten über Direktmandate bestimmt wird. Und da ist es natürlich für die Parteien CHP und IYI nicht von Vorteil, wenn man mit jeweils eigenen Kandidaten in den Wahlkreisen antritt, denn dann nimmt man sich im Grunde gegenseitig die Stimmen weg und man hätte dann keine Chance zum Beispiel gegen die AKP- und MHP-Kandidaten, die ja zusammen auch ein Wahlbündnis haben. Deswegen tut man sich zusammen, um möglichst viele Direktmandate zu gewinnen und so möchte man letztendlich die absolute Mehrheit im Parlament erzielen. Aber ob das funktionieren wird, das werden wir uns dann gleich anschauen. Und wo wir schon mal bei diesem Wahlbündnis aus CHP und IYI sind, die HDP ist diesem Bündnis noch nicht beigetreten. Es gab allerdings in letzter Zeit immer mal wieder Umfragen, in denen die Werte von CHP und HDP zusammengenommen worden sind. Und es gab sogar mal eine Umfrage, in der es einen gemeinsamen Wert für HDP, CHP und IYI gegeben hat. Also möglicherweise tritt HDP diesem Bündnis noch bei. Und vor allen Dingen, wenn man mal bedenkt, dass es eine 10%-Hürde gibt und die HDP bei der letzten Umfrage nicht auf 10% kommt, könnte es also sein, dass die HDP sich tatsächlich diesem Bündnis noch anschließen wird, weil sie ja sonst Gefahr läuft, ohne Sitze und ohne Abgeordneten im nächsten Parlament vertreten zu sein. Also da ist noch nicht entschieden, ob die HDP als einzelne Partei antreten wird oder ob sie dann doch in ein Bündnis mit CHP und IYI gehen wird. Das zweite Parteienbündnis, das bei der Wahl antreten wird, ist das Bündnis aus der bisher regierenden AKP und der MHP. Wie gesagt, diese beiden Parteien haben schon beim Verfassungsreferendum zusammengearbeitet und ich stelle sie euch jetzt auch noch mal kurz vor. Die AKP ist die Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung. Sie ist geprägt von Wirtschaftsliberalismus und islamischem Konservatismus und sie stellt zurzeit, wie ich es auch schon gesagt habe, sowohl den Ministerpräsidenten als auch, das hatte ich nicht genannt, den Staatspräsidenten in Recep Tayyip Erdogan. Erdogan selbst will ja auch wieder als Staatspräsident kandidieren und hat sich aufstellen lassen. Das Amt des Ministerpräsidenten, wie gesagt, das wird es nicht mehr geben, also wird dieses Amt auch nicht mal von der AKP bekleidet werden. Wie gesagt, das ist es ja nicht mehr gibt. Und die AKP hat zurzeit die absolute Mehrheit im türkischen Parlament. Mit 317 der 550 Sitze ist das auch eine satte absolute Mehrheit und sie hatte bei der letzten Wahl 49,5% aller gültigen Stimmen erzielt. Also fast die Hälfte aller gültigen Stimmen sind Stimmen für die AKP gewesen. Die letzte Partei hier auf der Liste ist die MHP. Das ist die Partei der nationalistischen Bewegung. Und wie der Name schon sagt, ist sie eben von Nationalismus geprägt. Sie ist EU-Skeptisch und es gibt nicht wenige, die die Partei auch mit dem Etikett rechtsextrem versehen. Darüber wird zwar diskutiert, ob das noch zutreffend ist oder ob das zutreffend ist, aber in der Regel wird das Etikett rechtsextrem der MHP noch zugeteilt. Die MHP hat sich in den letzten 10 Jahren oder seit 2007 mehr geöffnet für andere Parteien und das kam ihrem Stimmenanteil zugute und so hat sie es bei der letzten Wahl mit 11,9% auf 40 Sitze im Parlament gebracht. Schauen wir uns jetzt mal an, wie es denn aussieht aktuell für die verschiedenen Parteien und Bündnisse. Fangen wir mal mit der AKP im Bündnis mit der MHP an. Da sehen wir, kommen beide zusammen nirgendwo auf mindestens 50%, also auf eine absolute Mehrheit der Stimmen kommen sie nicht, aber sie sind sicher im über 40%igen Bereich. Also 42,5% war der schwächste Wert bei Media am 29. April. 49,0% waren jetzt bei den beiden Mai-Umfragen der beste Wert. Es gab sogar mal 49,9%. Allerdings war das noch vor der Ankündigung von Neuwahlen, wenn ich mich richtig erinnere. Also sind vor allen Dingen die letzten vier Ergebnisse hier von Interesse. Allerdings kann man sehen, ist es ein bisschen für die AKP durchaus eine Enttäuschung, denn man hatte ja alleine vor drei Jahren 49,5% erzielt, beziehungsweise vor zweieinhalb Jahren 49,5% erzielt und jetzt kommt man zusammen mit der MHP auf 49%. Zusammen hatten beide Parteien bei der letzten Wahl 60%. Also da ist eine Wählerabwanderung durchaus zu bemerken und zu beobachten. Allerdings kommt man mit diesen Werten nah an eine absolute Mehrheit, was den Stimmenanteil betrifft, heran. Allerdings, das sei an dieser Stelle schon mal erwähnt, der Stimmenanteil an sich, der gibt eigentlich noch nicht so wirklich eine Auskunft darüber, wie viele Sitze man im Parlament hat. Deswegen ist vor allen Dingen, wenn wir gleich die Sitzverteilung anschauen werden, das natürlich von Interesse, was also die Prognose für die Sitzverteilung ist. Was das andere Bündnis der Parteien betrifft, ist es so, dass CHP und IYI zusammen so auf knapp 40% kommen. Also man kommt nicht ganz heran an AKP und MHP, aber man kommt auf einen relativ starken Wert, der zumindest dieses Bündnis konkurrenzfähig macht und es kommt halt auch darauf an, wie sich die HDP verhält, ob sie dem Bündnis beitritt oder nicht, womöglich bei einem Beitritt der HDP könnte es darauf hinauslaufen, dass man zwei circa gleich starke Bündnisse bei der Wahl hat, die gegeneinander antreten werden. Also quasi eine Partei, die hier ein Nein-Lager zum Referendum, zur Reform bildet und das Ja-Lager zur Reform, die stehen sich dann bei dieser Wahl gegenüber. Und im Übrigen, das habe ich bei IYI nicht gesagt, sollte die IYI die Wahl gewinnen und auch den Staatspräsidenten stellen, dann möchte sie die Verfassungsreform wieder rückgängig machen und zum parlamentarischen Regierungssystem zurückkehren. Also im Grunde ist das auch eine Wahl, nochmal, wenn man so will, über die Verfassungsreform, die ja letztes Jahr stattgefunden hat. So, so viel mal dazu. Spannend, wie gesagt, ist es aber, wie viele Sitze denn jetzt die einzelnen Parteien und Bündnisse erhalten könnten, laut den aktuellen Prognosen. Und das sieht dann wie folgt aus. Die jüngste Sitzverteilungsprognose von PIA vom 1. Mai sieht wie folgt aus. Die HDP kommt auf 100 Sitze, das Bündnis aus CHP und IYI auf 230 Sitze und AKP und MHP kommen auf 270 Sitze. Und auch die Werte von Media vom 29. April sind ziemlich ähnlich. 80 für HDP, 240 zusammen für CHP und IYI und 280 zusammen für AKP und MHP. Das heißt, letztendlich, wenn wir den Mittelwert davon bilden, dann sehen wir, reicht es für die AKP und die MHP zusammen momentan nicht, laut der Umfragewerte, um die absolute Mehrheit zu verteidigen. Und das wäre natürlich dann für die AKP tatsächlich auch eine Enttäuschung. Nicht nur, dass man prozentual gesehen deutlich weniger Stimmen zusammen hätte als vor zweieinhalb Jahren, sondern auch der Verlust der absoluten Mehrheit, der würde dann schon deutlich mehr wehtun. Und vor allen Dingen, wenn die HDP sich vielleicht noch zusammenschließen würde mit CHP und IYI, wäre dann die AKP zusammen mit der MHP klar in der Opposition. Also das ist der aktuelle Trend. Jetzt hatte ich aber gesagt, wir müssen natürlich auch gucken, was macht die HDP? Und hier seht ihr ja nochmal die Werte der allerneuesten Umfrage zur Wahl in der Türkei. Und da ist ja die HDP auf nur 6,7% gekommen. Und würde die HDP tatsächlich die 10% verfehlen, dann würde sie auch keinen einzigen Sitz erhalten, obwohl sie im Südosten der Türkei sehr sicher einige Direktmandate holen würde. Die würden dann wegfallen und dann würden also CHP und IYI und AKP und MHP sich diese 90-Sitze noch irgendwie aufteilen, je nachdem, wer dann wo wie stark sein wird. Also, es ist glaube ich nicht ausgeschlossen, dass die HDP vielleicht in den nächsten Tagen und Wochen vielleicht doch nochmal überlegt, hier in dieses Bündnis hereinzukommen. Da bin ich jetzt nicht auf dem Laufenden, ob das von der HDP auch wirklich so gewünscht ist, aber aus Wahlkampftaktischen Gründen, gerade wenn man unterhalb von 10% fallen würde, wäre es vielleicht eine Überlegung wert für die Partei. Aber wir sehen hier den momentanen Trend und der momentane Trend sagt, die AKP und die MHP sind momentan unterhalb des Wertes, den sie bräuchten für eine absolute Mehrheit. Die starke Person in der Türkei mit dieser Verfassungsreform ist dann vor allen Dingen der Staatspräsident, der hat ja dann noch weitere Kompetenzen hinzubekommen und deswegen ist vor allen Dingen natürlich die Wahl der Staatspräsidenten von auch sehr großem und besonderem Interesse. Die größten Parteien haben bekannt gegeben, wer für sie kandidieren wird und wenig verwunderlich ist natürlich Erdogan der Kandidat der AKP und er wird auch von der MHP unterstützt, die keinen eigenen Kandidaten bei dieser Wahl aufstellen wird. Daneben sehen wir, haben noch IYI, CHP und HDP jeweils eigene Kandidaten aufgestellt. Die Staatspräsidentenwahl in der Türkei funktioniert wie folgt, um im ersten Wahlgang schon gewählt zu werden, braucht man mindestens 50% der Stimmen plus eine Stimme obendrauf. Das heißt, man braucht eine absolute Mehrheit. Verfehlt man die absolute Mehrheit, dann kommen die zwei stärksten Kandidaten in den zweiten Wahlgang. Und wenn wir jetzt schauen, wie sieht es da momentan aus, dann kann man auch wieder, wie bei der Parlamentswahl, doch ganz klare Tendenzen feststellen. Erdogan liegt auf Platz 1 mit deutschem Vorsprung, allerdings sieht es nicht danach aus, als könnte er nach dem ersten Wahlgang die Wahl zum Staatspräsidenten gewinnen, denn mit 41,6% ist er dann doch noch relativ weit entfernt von der absoluten Mehrheit. Auf Rang 2 könnte es ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben zwischen dem CHP-Kandidaten und der Kandidatin der IYI, Akschener. Momentan sieht es so aus, als könnte Akschener das Rennen machen. Mit 22,2% liegt sie im Schnitt, nämlich im Schnitt der letzten zwei Umfragen, 2% vor dem Kandidaten der CHP. und das werden auch die beiden einzigen wirklich ernsthaften Anwärter auf den zweiten Rang sein. Demirtas von der HDP kommt zwar auf solide 12,4%, allerdings ist es dann doch auf Akschener schon ein Rückstand von knapp 10% und es scheint nicht so, als könnte Demirtas das noch aufholen bis zum Wahltag. Und dass Akschener womöglich sogar die heißeste Anwärterin auf den zweiten Rang ist, sieht man, wenn man sich mal die neueste Umfrage vom 1. Mai ansieht, denn da liegt sie 4,4% vor dem Kandidaten der CHP und naja, also bei der Umfrage vom EDA, klar, da war es sehr, sehr eng, aber hier diese neueste Umfrage, die legt doch einen deutlichen Vorsprung nahe für Akschener. Also womöglich wird es ein Duell dann zwischen Erdogan und Akschener werden und wenn das wirklich der Fall wäre, dann ist es tatsächlich, wenn man mal aktuelle Umfragen sieht, ein relativ offenes Rennen, denn es gibt seit der Ankündigung von vorgezogenen Neuwahlen nur eine neue Umfrage, was das Duell Erdogan und Akschener betrifft und das ist die vom 1. Mai und da ist es sogar so, dass Akschener mit 50,5% einen Prozentpunkt vor Erdogan liegt. Allerdings muss man natürlich an dieser Stelle auch ganz klar sagen, bis zur Wahl selbst ist ja noch ein gutes Stück hin und Akschener muss sich natürlich den zweiten Rang erstmal holen und dann muss sie natürlich diese Werte auch noch dann im Duell gegen Erdogan verteidigen können, aber, und das muss man auch ganz klar sagen, es könnte für Erdogan eine ganz, ganz enge Kiste werden und diese neueste Umfrage von Pia sieht sogar Akschener vorne, also da ist es noch nicht entschieden, wer der nächste Staatspräsident sein wird und das, obwohl Erdogan den ersten Wahlgang womöglich relativ klar gewinnen wird. Aber entscheidend ist ja dann letztendlich, was passiert mit den Wählerstimmen, die hier im zweiten Wahlgang frei werden, also 20,2% zum Beispiel hier von der CHP und 12,4% von der HDP, welche Empfehlungen werden sie abgeben, wen man wählen soll und, naja, dann ist es doch eigentlich relativ logisch, wenn CHP und IYI zusammen im Bündnis sind bei der Parlamentswahl, dann wird es auch so sein, dass die CHP empfehlen wird, dass ihre Wähler dann im zweiten Wahlgang Akschener unterstützen werden und Demirtas von der HDP, der wird auch sagen, dass man nicht für Erdogan stimmen solle, also deswegen könnte es für Erdogan tatsächlich eine enge Kiste werden oder sogar nicht reichen. Das ist aber der aktuelle Stand der Dinge und das kann sich in den nächsten Tagen und Wochen natürlich noch deutlich verändern. Wir befinden uns quasi am Anfang der Phase, in der es in den Wahlkampf gehen wird, aber erste Trends konnten wir hier schon erkennen und womöglich werden sich diese dann in den nächsten Wochen noch weiter bestätigen. Das wird man dann sehen. Soviel also dann mal zu diesem Video. Wir haben uns einen Überblick verschafft zur bevorstehenden Wahl in der Türkei und das soll es zu diesem Video gewesen sein.